aber nur aber leichten anfall wenn du immer hast ja ich suche schon wieder das holz was ich weggetan habe wieder ich brauche noch was für die wände ich verarschen nein möchte ich nicht genau gereicht hat zwar nicht nicht wirklich haha hahaha ein blog möchte mal sagen haha haha ich habe so viel müll immer noch beim inventar mist aber die automatik kräftig table sind wieder das ist schon mal geil kann wieder alles in der einen schmeißen kräften lassen so aber wo 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 da ist es doch die brücken, planter, nein ey weil ich gerade überlegen bin mein viel material einfach in so ein ultra hybrid solar panel zu stecken wo haben wir es denn hybrid solar da ach ach oh 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 da braucht man das ja für ahjei na last macht das dauert noch das ist noch zu kostspielig ich schaue mal ich schaue mal setups ist das zeug denn da naja ist das teuer ist das teuer und hier ist alles teuer ja berkauf werk zu machen das ziemlich teuer ich habe immer noch keine klasse haben da brauchst du das normale kabel mache ich auch das mache ich denn jetzt 1 2 3 4 so das reicht hier war ja auch genug noch mal 8 maschinenblock 6 alles klar alles klar ich habe nicht glas kann ich ja auch nicht mit dienen nicht viel weil sich viele willst du machen dann habe ich da noch kohle fertig ich bin von mir schlafen mehr ist verbindelte 24 alle mal das reicht doch 19 stück habe ich nur noch hier schon irgendwo andersrum was fliegen aber pulverweiser das reicht doch ein blöck ok bin von sich kälber heute vielleicht also was jetzt mit glasfaser gemacht dort muss es schon wieder dunkel ja lass mal ruhig schlafen gehen rosa wo da bei mir ok ja weißt du wo da reingeflogen ist ins loch direkt ins loch rein dann dauert es ja noch bis zu schlafen gehen kannst dann wird noch portal gesetzt ach so ich warte am bett ich gehe wieder zurück da bin ich einfach zu dunkel ich komme auch bei smelty wieder raus ich liege schon im bett ich auch ok wo sind ganz leicht optimus ja ach so ich habe was getrunken du auch nein weil deswegen warst du nicht optimus komisch keine ahnung warum kann ich dir nicht sagen wüsste ich jetzt nicht warum da wo da ist sonst der glas ok da ist auch alle dicht ja weißt du manchmal aus den tauern für das selber glas deswegen ja das stimmt ich hoffe bei mir kann man kann man aus diamanten holz machen geht das irgendwie glaube ich nicht bin ich gerade aber gucken ob du da irgendwie holz rauskriegt mehr komisch kannst du diamanten in gold verwandeln mit dem minimum stone genau das gold kannst du in eisen und eisen in obsidian doch geht es geht und kann aus ja man kann aus diamanten holz machen nur durch mehreren schritten als hast du hast du gerade nicht ernsthaft doch du hast es getan nein oder doch doch genau machine vor ihm nachher du trägst du kannst du ja wieder nicht beherrschen hier netzentos vielleicht kann ich nie beherrschen der leute mal auf damit weil sie dann krieg ich wieder hau der hat wieder gerülpst du warst das ne kommt schon nicht nein kriegen ja eh nicht so wirklich kommentare oh ja und beim nächsten mal voll die überflutung beim nächsten mal ist überflutung von kommentaren oder eben abgehackt was deswegen komisch ganz leicht komisch ich weiß kann nicht sagen warum sonst läuft immer aber mir alles einwandfrei okay das einwand lasse ich wieder weg aber sonst das einwand das einwandfrei die einbahnstraße ja das wird ja auch wieder was mit den karl kohlenzels da ich mach jetzt auch noch zweites ich mache jetzt auch schon hier pulver weiß und so was ok wie hier ist aber leichten knacks weg ich so la rapis lazuli rapis lazuli überhaupt ich denn ja ich weiß und dann die advance hybrid ja du brauchst acht wieder dafür was wieder dafür acht um die ultimate zu machen eigentlich post dafür acht hybrid und einen advanced circuits ja und dafür aber du machst das wieder aus kohle schank und naja und glaube ist das lieben so war das jetzt teuer nach ich mache das auf der altmodischen klasse jeder das ist ganz einfach die review und platte dafür brauchst erstmal julio melder ja die eridium ne jetzt habe ich schon wieder wach gestern was ich brauche nachher auch flint flint stohls hier sind die flint stohls jabbadabada die dinger jetzt hingepackt das teuer das sind das haben wir die ganz normalen so lassen ist gar nicht hier drin doch ja doch 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 die haben wir drinnen also die ganzen normalen ja aber die danach oder doch da doch erzählen wir eben auch die low voltage und so war die ganz normale die meinte ich ja gerade hat ja auch das ist gut zum glück was anderes recht viel zu teuer ach kommst du darauf wie kann man sich später machen ja obwohl er sich geht ich weiß gar nicht was advanced direkt bringt das auch advanced dafür brauchst du erst mal advanced alloy ja und das geht ja noch die radian reforms plate das geht ja noch ein paar post dafür dass man das ist auch wieder die metter das advanced nein 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 doch für das advanced wo brauchst du denn da du brauchst ein iran ja so ja das habe ich gar nicht gesehen und deswegen reicht das einfach mal ich könnte mir einen machen ich habe doch unten durch die farm 23 julio meta man kann ja auch eigentlich normal machen die high voltage sind ja genauso ja ich weiß gar nicht was advanced wiki bringt obwohl das könnte ich mir kräften das ist jetzt nicht das problem wie feind bronze und zehn acht dass wir so zinseteuer kohle das war jetzt muss ich mir erst mal mehr ist das geile oder mache ich mir den ersten ach nee für den advanced machine block dafür braucht man ja erstmal kompressor ja ich würde das ist kompressor aber auch kompressor sind nicht schnell hergestellt naja das ist ja nicht das schlimme dort nur so lange ich hab den ja gleich schon den kompressor auch ich muss erst mal bronze herstellen hier war doch noch ein anderer kompressor die kompressor dafür brauchst du dann obsidian und auch wieder den schienen blöcke naja wo ist denn jetzt da ist bronze bronze sieht genau aus wie kupfer ok musst du aufpassen bei dem pack ich habe ja ganz viel stein dass ich mir ja schon gebraten hatte dann brauchen wir refine wo kommt das denn rein das verdammt schon wieder zu sein besser der sagen kann glaube ich leer ja ich habe kompressor mess wie du ein recycler habe ich schon so kompressor und die der tank hält das vollkommen aus okay nochmal kabel verteilen uran das kommt mal hier rein kann ich ja nicht so macht heute mache ich das er wohl verweise dann mache ich das heute kann ich das oben verlegen und das bleibt ja trotzdem unten und presser durch den immerhin hier kommt das me system dann kommt das schön aber wie macht man die dinge das ist geil wenn man nicht mehr weiß wie das funktioniert ach cool noch ja trotzdem ein normal messer um die cool das zu machen richtig aber ist ja eigentlich auch relativ einfach gut dass du mir schon ein paar elektrik zirka gemacht habe ich mal jetzt meine drei und wo sind die drei juli matata brauche ich auch noch dann habe ich auch genug 123 ich habe auch noch 40 absidien ja dann müssen wir unbedingt paar acht stück oder sie geben ist ja super ne meint alles meint gibt mir doch mal acht stück alles meint ich wollte nur acht stück haben alles meint nicht kann alles meint kannst du mich so alles meint so ein kleines bisschen geben doch du kannst du haben okay ich komme ach nee boah ich koppel ne koppel ist doch Mist ach da habe ich auch noch koppel ist doch gut äh da ist centus zack 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 guten tag hier hier bin ich okay hier in der truhe dran ich nehme mir 16 stück raus ne ja danke geht wegen truhen und tanks machen bitteschön die firma dankt die firma dankt ich bin ja kein Arschlo nein bist du nicht hallo penna was so kohle habe ich auch noch wahrscheinlich ich habe dich auch gern so aber teuer wartet waren es noch mal ach du ahnst es nicht ja das ist teuer dafür brauchst du auch erstmal kohlen das hab ich ja alles kohlen ist ja am machen erst mal kohle rein das ist nicht das Problem lapis lazuli fehlt und es wird dunkel schon wieder jep wir können gleich sofort geht ja noch ja boah den ganzen Mist den ich bei mir habe ne echt aber mein Material wird weniger das ist schlimmer ja das ist normal das wird dann schlimm so er kann rein das kann weg was bräuchte ich noch hierfür das kann weg das das ich habe ich Diamanten habe ich auch das brauche ich ach ich krieg gerade Hunger scheiße echt Hunger oder Freizeithunger echt Hunger ei obwohl ich habe ich ach ich habe doch den ähm Panels Generator ich habe ich ich habe ich das ich habe ich